Flankenschutz ist gerade eingelaufen hier diese Weiche hier hier die Weiche da muss jetzt gleich der ICE kommen der wie viel Uhrhammer ach komm schon weiß ich gar nicht die Zugnummer 723 so der Kopf muss mit 100 um die Ecke kommen logischerweise wenn das Lf6 hier 100 anzeigt und da ist er der fährt langsam ne das sind 100 ICE 3 Doppeltraktion jetzt hier eine gute Pause